Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Wir sehen, dass eine weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Das ist dein, mein Freund. Das ist dein, mein Freund. Lamp-Oil. Rope. Der Sammorphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Ich übernehme für alles die volle Wahrheit von Krebs. Was meint Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow in dem Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karls-Rost gelangt. Selbst wenn der Ausflug erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freier Mähmeln oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Der Feind operiert jetzt am Nördchenberg-Marsdorf-Karls-Rost. Okay, Login vielleicht selber auf der T Adaptive ausz�ftet. Ich glaube, es ist auch unstaatlich, dass die Klassische Klassisch-Rost gelangt. Die Klassische Klassisch-Rost werden schn bén. Der Russe schnitt fünf Kilometer von Strecke! Nicht Geschichte, ja, ne, nicht dran. Für die Ölgebiete, nicht dran. Er wählt sich bereits als Sieger, was wir in den Sinn greifen. Es wird ein Böses erwachen gehen. Die Steine hat versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Das wird er als Steine angreifen. Das war nicht nur für Deutschland. Dafür war das reichste Wahnsinn, dass es für mich keine Aufgaben mehr gibt. Das ist es der Karte. Es geht so! Das ist es für Klubber! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist auch da. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Das war's für heute. Das war's für heute. Mit dem Angriff Steiners, das alles in Ordnung kommt. Was ist das? Es ist vorbei! Das war's für heute. Okay. Die Gruppe Steiner wird von Norden näher angreifen. 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 Ich habe das Dump daran getan! Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, dann müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete erbieten. Es ist Ihr, mein Freund! Es ist Ihr, mein Freund! Das ist Ihr, mein Freund! Himmler! Ist doch verrückt! Er wird es an der Gericht und Strafe nicht in die Gelder! Wenn er sich ohne Befehlen fährt, dann ist der Fahn flucht! Nachdem der FIFA ist eine Lege des Geschenkans. Er ist toll! Er ist ein goodness! Er wird nicht in der Flucht! Das Engelям-St du hast. Er ist es ein Problem! Das war's für heute. 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 Ja! 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 Aller-Nutzer aufgenommen. Sie wird erzeugt von ihrem eigenen Blut! Das ist ein Wahnsinn! Sie haben uns doch selbst gehört, er will uns doch führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Kein Engel kann ihn ersetzen können! Der Führer hat das gemacht! Doch habe ich allein! Ein Leib, das bist du echt! Ein Leib! Soll er halt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Es ist dein, mein Freund. Ich habe ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Besserung haben. Ich habe heute von Klauswitz ausgegeben, Berlin-Franc-Stadt. Es ist dein, mein Freund. Ich habe heute von Klauswitz, ich habe heute von Klauswitz, ich habe heute von Klauswitz. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Es ist dein, mein Freund. Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben. Es ist dein, mein Freund. Sie werden das Zaufer in Ihrem eigenen Blut. Das Amorphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Sie werden das Zaufer in Ihrem Blut. Es ist dein, mein Freund. Alle diese Pfarrer werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Dafür hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? DANT! Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Ausdrinken. Für den Befehl. DANT! 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 MORE GINGER DANT! 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 FLASH! DANT! DANT! ALL DON! Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Und dann, wenn alle Hörlern die Tiere liquidiert verlassen, wie ich da bin! Doch! Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. 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 Das Volk hat dieses Schicksal. Das Volk hat dieses Schicksal. Hier ist mein Freund! Ah! A ton of pleasures! I like Mr. Fante! You go to a bar the other! And I'll save you! What's wrong? Oh! How's that? Das Leben vergibt geile Schwäche. Entsuchen Sie ihn! Wir müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist Katastrophen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stösst auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Osten ist der Feind zur Linie Richtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mitleid ist eine Ursache. Ich sage immer Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ich verrate gegen die Natur. Was ist das Drittsdorf-Karlshaus? Was ist das Drittsdorf-Karlshaus? Ich sage immer, dass es in der Natur der Natur hermacht ist. Wir haben eine Ursache der Karte genommen. Wir haben eine Ursache, die wir in der Natur verlegenheiten haben. Aber wir werden die Karte mit den Bögen haben. Wir haben eine Ursache, die wir auf dem Bögen haben. Wir werden die Bögen haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich gratuliere, Ihr Vortrag. Er nennt Sie zum Kommandanten der Verteidigung von Berlin. Ich gratuliere, Ihr Vortrag. Ich gratuliere, Ihr Vortrag. Ich gratuliere, Ihr Vortrag. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Ich gratuliere, Ihr Vortrag. 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 Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Ich gratuliere, Ihr Vortrag. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020